Das weltberühmte Taj Mahal, Symbol ewiger Liebe und eines der sieben Weltwunder. Der Besuch des Taj Mahal und die Besichtigung der nahegelegenen Stadt Agra sind jedoch nur zwei von vielen Höhepunkten, die sie erwarten, wenn sie sich mit Wikinger-Reisen auf die abenteuerliche Reise durch den indischen Bundesstaat Rajasthan begeben. In knapp drei Wochen erleben sie atemberaubende Maharaja-Städte, lassen sich von Indiens pulsierender Metropole Delhi faszinieren, durchstreifen die Wüste Tar auf Kamelrücken und besuchen touristisch nahezu unbekannte Dörfer in der Hügellandschaft von Arawali. Bevor sie gegen Ende der Tour in der bezaubernden Stadt Jaipur auf Entdeckungsreise gehen. Die im Volksmund auch Pink City genannte Stadt lässt sie eintauchen in eine Welt aus tausend und einer Nacht. Orientalische Märkte, der Palast der Winde im Zentrum der Altstadt mit seinen roten Sandsteingebäuden und das rege Treiben auf den Straßen ziehen sie schnell in ihren Bann. Eine turbulente Fahrt in einer Motorrikscha und ein Spaziergang durch die engen Gassen Jaipurs sorgen am Abend für viel Gesprächsstoff. Auf der nahegelegenen Bergkette erhebt sich imposant ein weiteres kulturelles Highlight, das Fort Amber. Besucher erobern die Festung wie zu Zeiten der Maharajas auf Elefantenrücken. Natürlich steht aber auch einem entspannten Fußmarsch nichts im Wege. Oben angekommen erwartet sie ein fantastischer Ausblick. Selbstverständlich sind sie bei der Erkundung Rajasthans nicht auf sich alleine gestellt. Ihr deutschsprachiger Wikinger-Reiseleiter hat stets ein offenes Ohr für ihre Wünsche und weiß bestens Bescheid über die Menschen, die Kultur und die Geschichte Indiens. Freundlich und gut gelaunt macht er auch Unmögliches möglich und sorgt so für ein unvergessliches Abenteuer. Auch am Abend geht die Entdeckungsreise weiter. Während sie orientalischen Klängen lauschen und über Erlebtes plaudern, lernen sie beim gemeinsamen Abendessen nicht nur die indische Küche besser kennen, sondern ebenso die mitreisenden Wikinger. Nicht selten entwickeln sich innerhalb der Reisegruppe Freundschaften, die Jahrzehnte anhalten. Mit Wikinger reisen durch das indische Rajasthan. Das sind knapp drei Wochen voller Abenteuer, Entdeckung und Faszination. Natürlich bleibt aber auch stets Zeit für die nötige Erholung und Entspannung. Erkunden Sie Indiens Rajasthan mit Wikinger-Reisen und machen Sie sich Ihr eigenes Bild von Indiens berühmter Gastfreundschaft. Mit Wikinger-Reisen öffnen sich neue Horizonte.